Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Wir machen heute gemeinsame mit einem Mutter-Tochter-Gespannen-Urlaub auf der Insel Rügen und wenn ich von wir spreche, dann ist das zum einen Kathi, hallo. Hallihallo. Und ich, Paul. Wir beide waren noch nie gemeinsam im Urlaub. Kathi, was wäre der Urlaubsort, an dem wir am besten passen würden oder wo wir beide mal hingehen sollten? Nicht nur, dass wir auf Urlaub zusammen waren, wir uns noch nie gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Was nicht passend wäre, wäre natürlich Bergman Islands, also in Schweden, wo immer Bergman seine Fimmel. Faroe-Insel. Ja genau, Faroe-Insel, aber da war ich ja eigentlich schon mal. Und da möchtest du auf keinen Fall nochmal hin? Ich meine, das war sehr schön, ich will sofort nochmal hin. Ansonsten vielleicht Phantasialand, ich weiß nicht, könnte sicher lustig werden. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was ich im Phantasialand sage, denke ich ehrlich. Ich würde davon nur, nur damit ich dich im Phantasialand sehen würde, was mir das wäre. Ja, aber ich würde da nicht viel machen. Ich würde da rumstehen. Auch fair, aber ich glaube, es wäre überall sehr lustig. Ja, aber da sind wir jetzt noch nicht, sondern für uns geht es jetzt erstmal nach Rügen. Im Film, sprich mit mir. Ja, tue ich ja eh. Ja, genau. Ich wollte auch erst so einsteigen, aber ich habe es dann doch verworfen, weil wir das so. Ja, den konnte ich nicht liegen lassen. Ja, ich weiß, das hätte dir gefallen. Gut. Also, es geht um den Film, sprich mit mir, im englischen Talk to me. Und das hat rein gar nichts mit dem Talk to me, dem Horrorfilm zu tun, der letztes Jahr in die Kinos gekommen ist. Sondern es ist eine deutsche Produktion unter der Regie von Janine Halisch, die es ab dem 18. Januar hier in Deutschland in den Kinos zu sehen gibt. Und um was es geht, das sagt euch jetzt ganz kurz und knapp die Kathi. Ja, also es geht, wie schon erwähnt, um eine Tochter-Mutter-Beziehung im Urlaub eigentlich. Die Tochter und Caro ist frisch getrennt. Bei der Mutter läuft es auch nicht so. Also der Vater ist nicht im Bilde. Und wie auch immer, ihre neue Beziehung, Beziehungen waren. Auch Anzeichen auf häuslich Gewalt und alles nicht so toll. Und dann fahren sie zusammen in den Urlaub, wo sie Jochen und seine Tochter kennenlernen. Und die Mutter fangt halt mit dem Jochen so einen Urlaubsflirt an. Und die Caro freundet sich mit der Tochter von ihm an. Ja, und dann gibt es sehr viel Misskommunikation oder keine Kommunikation und sehr viel Drama. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dieser Titel, der ist auch schon Programm. Zumindest ich habe mir mehrmals auch in dem Film gedacht, jetzt nicht sprich mit mir, aber vielleicht sprich mit ihr. Ja, sprech doch einfach miteinander bitte alle. Wer ein Fan von Kommunikation ist, kommt hier nicht auf seine Kosten. Weil alle Kommunikation, die stattfindet, ist sehr oberflächlich und spricht auf keinen Fall das an, was eigentlich angesprochen werden sollte. Was auch sehr frustrierend sein kann, wenn man davor sitzt und meist einfach schreit so, ja, red's doch einfach miteinander, ist doch nicht so schwer, oder? Die Regisseurin, die hat den Film in einem Statement als verspätetes Coming-of-Age-Drama beschrieben. Oh, ja. Ich fand den Begriff ziemlich treffend. Das stimmt, ja, das ist ein schöner Begriff, weil man hat trotzdem irgendwie diesen ganzen Coming-of-Age-Tropes, aber sie ist halt schon Ende 20, also man hat dieses typische am Strand Lagerfeuer mit Freunden, Freundinnen und so. Und das passiert halt, weil eben die Marie, die Tochter von Jochen, die ist halt irgendwie 16, 17, 18 oder so. Und für dieses halt ganz normales Coming-of-Age, aber die Caro macht das irgendwie alles nochmal mit jetzt durch die auch. Und das stimmt, ja, verspätetes Coming-of-Age ist ein schöner Begriff dafür. Ja, für Caro, also die Tochter, ist das so ein bisschen, sie erlebt so verschiedene Dinge vielleicht, die sie in der Pubertät oder so nicht gehabt hat, nochmal von Neuem. Deswegen auch dieses verspätete Coming-of-Age eben, also zum Beispiel mit dem Jochen da vielleicht auch so ein bisschen nochmal eine Vaterfigur oder eben auch in der jüngeren Tochter eine Version einer Teenagerin, die sie auch hätte sein können. Genau, ja. Wird alles zu einer ganz fragwürdigen und problematischen Dynamik am Ende, aber ja, also das, was du da sagst, stimmt so auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall auch so sehen, dass, weil, also man erfährt ja auch, dass der Vater halt irgendwie absolut nicht im Bild ist, aber sie das trotzdem irgendwie gern hätte, weil sie auch immer auf zu seinem Arbeitsplatz und so kommen. Und dass der Jochen da vielleicht viel was einfühlt, was sie nie hatte und weiß gerade diesem auch, sie sind auf Urlaub, ob diese ganze Beziehung auch zwischen der Mutter und der Tochter ist irgendwie sehr kindlich noch. Also dieses... Ja, sie ist, stimmt, während des Urlaubs wirkt sie nicht vom Auftreten her wie 28, sondern es ist wirklich dieses Klassische, ja, eine Mutter ist mit ihrer Tochter, eine alleinerziehende Mutter ist mit ihrer Tochter im Urlaub und da kann sie auch meinetwegen zwölf sein. Ja, genau. Also auch wie sie interagieren im Schwimmbad oder so. Genau, wir schieben auch das Gekitzle und das, das ist doch eher was, was man so mit kleineren Kindern irgendwie macht, aber nicht mit seiner 21-jährigen Tochter. Also ich habe das Gefühl, dass auch diesem ganzen Urlaub sie da irgendwie in so ein ganz anderes Muster vielleicht zurückfällt, auch wie es auch zu Hause gewesen wäre. Einfach weiß, so komplett losgelöst, sie ist gerade durch eine Trennung gegangen oder geht gerade durch eine Trennung, bei der Mutter läuft es nicht, der Friseursandlung läuft nicht wirklich. Also alle diese Sachen, die eigentlich zu Hause dann immer noch da wären, sind im Urlaub auch irgendwie nicht so präsent zumindest, dass das irgendwie eine ganz eigene Dynamik entwickelt, wie die Beziehung zwischen ihrer Mutter ist und dann auch die Beziehung zu dem Jochen und zu seiner Tochter. Hm. Und all diese Dinge, die schlummern dann halt während dieses Urlaubsaufenthalts und eigentlich kriegt man in diesem Film, der jetzt auch nicht so lang geht, ich glaube um die 80 Minuten, halt ein paar Alltagseinblicke dort in dem Urlaub, da schlummert wahnsinnig viel, aber war nicht immer so reif oder so tiefgründig ausgeschöpft. Ja, also ich habe sehr lange sehr starke Aftersun-Vibes gehabt bei diesem Film. Allein auch durch das Setting natürlich, aber auch so von den Charakteren und wie die Charakteren gezeichnet sind und wie sie dargestellt werden, hat das sehr lange für mich auch so Parabellen zu der Tochter-Vater-Beziehung gehabt, die es in Aftersun gibt. Genau, kurz, vielleicht sag mal Aftersun, ein Film von Charlotte Wells, die auch eine Vater-Tochter-Beziehung in dem Falle porträtiert hat und die auch in einem Urlaub war. Also genau, die Parallelen sind schon da, ja. Genau, genau. Und bei denen es auch nicht so rund läuft, wie sie es gern hätten. Und das, das, da habe ich sehr lange, also bis zu einem gewissen Punkt dann sehr lange sehr viele Parallelen gesehen. Aber das macht halt Aftersun einiges, einiges besser. Das ist vielleicht ein unfairer Vergleich auch. Aber vielleicht hatten wir deswegen auch, weil wir beide Aftersun auch wirklich mochten letztes Jahr, vielleicht hatten wir deswegen auch ein bisschen andere oder falsche Erwartungen an den Film oder was daraus noch wird oder wo man sich entwickeln könnte. Weil, ja, mir geht es ja genauso. Also, der hat das Gefühl, der hätte viele Fässer, die er aufmachen könnte irgendwie. Aber dann sieht man doch überall nur die Oberfläche. Und es ist nicht ganz zufriedenstellend, dann wie das, was mit den Figuren so passiert oder wie es dann aufgelöst oder von der Entwicklung hingeht. Und diese Oberfläche, wenn wir das jetzt mal so sagen, behält er sich aus meiner Sicht auch, wenn es so um emotionale Szenen gibt. Es gibt noch eine sehr bezeichnende Parallele zu Aftersun. Es gibt auch hier eine sehr, würde ich sagen, prägende Karaoke-Szene. Ja, und auch eine sehr prägende Jemand-läuft-ins-Wasser-Szene. Das stimmt. Also, es ist tatsächlich, da gibt es hier schon das eine oder andere. Sie sind wahrscheinlich völlig unabhängig voneinander entstanden und haben wirklich rein gar nichts miteinander zu tun. Wie gesagt, ich werfe den Film auch gar nicht vor, irgendwie von Aftersun geklaut zu haben. Nein, bei Gottes Willen. Also, das ist nicht meine Intention, einfach nur, weil ich doch beide Filme gesehen habe und so. Das sind einfach Sachen, die mir jetzt mal aufgefallen sind. Ja. Und dann ist auch vielleicht so eine Sache, wenn es darum geht, so diese Beziehung von der alleinerziehenden Mutter und der Tochter ist natürlich auch nochmal was komplett anderes als jetzt ein alleinerziehender Vater und in dem Falle ein Vater, der seine Tochter vielleicht auch lange nicht mehr gesehen hatte oder die sich nicht mehr so häufig sehen. Das ist ja auch, unterscheidet sich nochmal. Und ich kann mich jetzt natürlich auch schwer in die Lage einer alleinerziehenden Mutter versetzen, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass das, wie gesagt, dann nur immer so angerissen wird oder es ist klar, was hier jetzt gespiegelt werden soll oder was jetzt hier reflektiert werden soll mit dieser Beziehung zu Jochen oder zu eben der Tochter, die, muss ich auch sagen, auch im Wesentlichen genau das waren, nämlich Projektionsoberflächen und ja, weniger eigenständige Figuren. Ja, es ist halt auch, also ich habe das Gefühl, vielleicht kommt das auch so rüber, weil die Mutter halt vielleicht auch gar kein Interesse hat, diese Beziehung irgendwie zu ändern oder zu retten zu ihrer Tochter, weil die Tochter, wie man herausfindet im Laufe des Films, ist ja auch nur mit auf dem Urlaub, weil ihr, also von der Mutter, der Freund, Ex-Freund, was auch immer, sie so halt sitzen gelassen hat und es doch nicht mit ihr mitkommt. Und sie eigentlich ein bisschen so als Füller agiert da und die Mutter sich halt wahrscheinlich auch was anderes in diesem Urlaub vorgestellt hat, als mit ihrer Tochter da zu sein, weil das sehr böse klingt, aber einfach die Erwartungshaltung eine andere war und das jetzt irgendwie halt im Jochen sucht, was sie eigentlich von diesem Urlaub erwartet hat und deswegen auch nicht wirklich auf das, was ihre Tochter gerade durchmacht, eingehen kann slash will, was natürlich die ganze Zeit nochmal verkompliziert, aber ja, es ist halt teilweise schon, mehr zhaft mit anzuschauen, wie sie miteinander umgehen und was da passiert und also auch sehr unangenehme Seen, die man seiner Mutter nicht erwischen will. Oder seine Tochter, beide. Also weder als Mutter die Tochter noch als Tochter die Mutter, in beide Richtungen. Das stimmt, das gibt es hier tatsächlich weiter. Ja, und das, also es hat natürlich mit der Urlaubsbekanntschaft zu tun und dann gibt es natürlich auch solche Facetten, das Ganze, wie sich das entwickelt. Natürlich ist es ein Film, in dem natürlich auch etwas graffter vonstatten geht, aber wie schnell sich tatsächlich da doch eine Urlaubsfreundschaft oder eben so eine Liaison entwickelt. Aber ich würde das wieder auch einigermaßen auf Urlaub schieben, was ich schon vorher gesagt habe, dass das Sachen wahrscheinlich sind, die jetzt sagen wir mal in ihrem normalen Umfeld nicht passieren würden. Aber man, also zumindest als Kind auch, weiß ich nicht, wie das bei dir war, aber macht man halt auch ziemlich schnell so Urlaubsfreundschaften irgendwie, mit denen halt man eine Woche halt komplett rumhängt und dann die Leute nie wieder sieht in seinem Leben. Aber dann am ersten Tage gleich mit jemandem so eng miteinander zu tanzen oder so, auch wenn man ihm vorher ein paar Atemübungen beigebracht hat, das war trotzdem etwas. Ja, wie gesagt, das ist einfach mal die Erwartungshaltung, die sie in diesem Urlaub dann hatten oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist schon, also auf die 80 Minuten muss halt auch das so gestraft werden, dass dann auch was passiert in den 80 Minuten. Aber wenn sie halt 75 Minuten das Kennenlernen zeigen, bleibt danach nicht mehr viel über. Der Film versucht zumindest niemanden jetzt zu verurteilen oder niemanden jetzt, also weder die Tochter noch die Mutter jetzt so zu zeichnen, dass, guck mal, du bist schuld, dass es nicht so richtig läuft oder du bist schuld an dieser Beziehung oder an jener Beziehung. Und andersrum natürlich auch nicht, du kannst gar nichts dafür. Also was diese kantige Figurenzeichnung, nenne ich es jetzt mal, anbelangt, war das schon sehr angenehm, weil man ja auch häufig Dramen hat, wo das alles ein bisschen glatt gebügelt wirkt. Ja, ich habe das Gefühl, der Film ist einfach sehr ehrlich, jetzt vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie sich Sachen entwickeln, aber generell wie er aufzeigt, wie sich solche Sachen entwickeln oder was auch der Grund dahinter sein kann. Der nimmt da auch nicht wirklich ein Blatt vom Mund irgendwo. Und das hilft wahrscheinlich auch noch, dass diese Figuren jetzt nicht so einfach nur ein Blatt Papier sind, die halt irgendwelchen Stereotypen so komplett entsprechen, sondern dass die eben halt auch ihre Arschlochseiten haben und zeigen dürfen und in diesen Gesprächen halt auch nicht immer angenehm sind, weil so ist es halt normal. Und das hilft wahrscheinlich auch ungemein, dass die Figuren aber auch so trotzdem in 80 Minuten einem trotzdem irgendwie ins Herz gehen dann. Ich finde aber, dass sie auch am ehesten, also das, was du gerade beschrieben hast, dass sich das am ehesten entfaltet, wenn wirklich Mutter und Tochter miteinander agieren. Und wie gesagt, bei den anderen Nebenfiguren, bei der Urlaubsbekanntschaft hatte ich eben eher das Gefühl, okay, das sind jetzt diese Gespräche zwischen denen, die wirken jetzt schon sehr forciert und sind eben genau da, um die Entwicklungen oder die Reflexionen in den Charakteren anzustoßen, die eben angestoßen werden sollen. Wo hinter sich gegen das bei Mutter und Tochter schon ein authentischeres Zusammenspiel war. Ja, was irgendwie Sinn macht, weil die haben natürlich auch mehr Historien, können da mehr, also haben da auch mehr zu reden. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, dass man Gespräche mit Jochen oder mit dem Linden doch so sehen, um einfach den Charakter oder die Handlung voranzutreiben. So wie diese Aussprache, also die Aussprache, dieses Gespräch, die Marie und die Caro haben, wo sie von dem Vater halt erzählt und denkt so, ja, okay, das ist auch nur, damit wir wissen, was passiert ist. Wir spoilern ja in solchen Casts nicht, aber ich möchte zumindest ganz, ganz grob oder ganz, ganz andeutungshaft kurz bei dem Ende sagen oder etwas zu dem Ende sagen, weil, also das war eine Mischung aus, zum Glück haben sie es nicht noch weiter ausgebeutet, was da passiert, aber es ist schon auf der anderen Seite auch schon dazu da, um nochmal mit so einem kleinen Schock zu enden, oder? Ich weiß nicht, wie du... Ja, also irgendwie habe ich so halb kommen sehen. Ich habe halt wahrscheinlich dauernd gekauft, dass es nicht passiert. Aber hast du es, Entschuldigung, hast du es kommen sehen wegen den Figuren oder weil, also ich finde Deutsche, vor allen Dingen, solche deutschen Filme, die machen gerne mal so einen Schlenker. Hast du es deswegen geahnt? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann, glaube ich. Ich weiß nicht, warum... Ich hatte so eine... Irgendwas in meinem Hirn hat so ein bisschen Kitzel und war so, das könnte vielleicht in die Richtung gehen, ob das jetzt Erwartungshaltung an diesen Film war oder an das Genre an sich oder ob das jetzt von den Figuren kommt, kann ich nicht genau sagen. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob du sonst noch was zu diesem Film erwähnen möchtest. Inszenatorisch ist das jetzt... Es hat schon sehr eine Fernsehfilmoptik. Ja. Also auch da, und ich ziehe es jetzt zum letzten Mal zum Vergleich heran, auch da fand ich, hat Charlotte Wells in After Sander vielleicht noch das ein oder andere, auch stärkere Bild gefunden, was diese Beziehung zwischen den beiden nochmal unterstreicht und auch Szenen ineinander fließen lassen, die die Gefühle oder die Beziehung zwischen den beiden Figuren in ihrem Film dann nochmal so richtig kanalisiert oder richtig zusammenlaufen lassen hat, was jetzt hier eher nicht der Fall war. Ja, das stimmt. Es ist sehr ungekünstelt, sehr nüchtern. Ja, sehr unspektakulär. Ja, aber ja, passt doch irgendwie zum Ton vom Film, aber ja, du hast recht, da gibt es in After Sun Einstellungen, die das besser anfangen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit oder nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung zum Film. Sprich mit mir, vielleicht weiß ich nicht, für wen ist das am ehesten was oder einfach so nochmal abschließen, was würdest du dazu sagen? Also, ich finde, man kann den schon machen. Also, ich hatte jetzt keine schlechte Zeit mit dem. Wenn man After Sun mochte, kann man den wahrscheinlich auch schon. Und nun muss man ein bisschen an der Erwartungshaltung rangehen. Wenn man so ein Fan ist, vielleicht von Coming-of-Age, ich bin ja nicht so wirklich der Coming-of-Age-Fan, aber wenn man vielleicht Fan davon ist, vielleicht wirkt er dann genauso. Oder so von ruhigen Filmen. Der ist nicht aufregend. Also, da sind keine Verfolgungsjagden mit Boom und Bang. Aber wenn man sowas mag, kann man den schon machen. Mhm. Ich glaube, was man halt wissen sollte, dass das in erster Linie irgendwie so ein Porträt von einem von einem Ist-Zustand ist oder der so langsam halt aufgebrochen wird oder dann halt nochmal mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Und dass das Ganze halt sehr ungekünstelt und auch, also weder die Beziehung an sich noch der Ort, wo sie, also noch Rügen, noch das Hotel, noch irgendwas ist in irgendeiner Art und Weise romantisiert. Ja, genau. Also, es ist alles, es ist kein Urlaubs-Image-Film oder so, weder, wie gesagt, von den Beziehungen her noch von dem eingefangenen Ferienambiente. Es ist kein perfektes Family-Urlaubs-Fotoalbum. Es ist kein Idyll, genau. Es ist wirklich, also, ja. Und solche Filme gibt es ja oft. Oder wenn solche Beziehungen, Beziehungen untereinander auseinandergenommen werden auch. Ich habe mich erinnert an Ulrich Seidel, der hat letztes oder vorletztes Jahr seinen Film Rimini gemacht, über österreichischer Regisseur. Äh, Kathi, ich weiß nicht, ob du dir was sagst. Der hat es auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, die Figuren- oder Figurenkonstellationen oder eben auch Ferienorte, das stand jetzt hier nicht so sehr im Vordergrund, seziert. Und das bleibt hier so ein bisschen aus. Da stecken sicherlich viele Konflikte drin, wahrscheinlich auch nochmal sehr viel mehr. Ich meine, die Regisseurin, die hat auch in ihrem Statement dann noch über die Mutter-Tochter-Beziehung geschrieben. Und sie hat da sicherlich wahrscheinlich noch viel mehr verarbeitet, was ich jetzt gar nicht mitbekomme oder was ich jetzt so gar nicht sehe. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank auch an dich, Kathi. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wer mehr vom Tele-Stammtisch hören möchte, der kann gerne in unserem Feed vorbeischauen. Dort gibt es ganz viele Besprechungen zu aktuellen Filmstarts und aktuellen Serienstarts. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback auf zum Beispiel unseren Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel auf Instagram, auf X. Haben wir X? Bestimmt. Ja, ich kann das nicht mehr sagen. Oder bei Bewertungen auch bei den bekannten Podcast-Portalen, wo ihr auch diesen Podcast hört. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr den Film vielleicht selber sehen wollt oder ihn schon gesehen habt. Lasst uns gerne eure Meinung wissen. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.